Willkommen zurück zu einer neuen Folge Abzuu! Abzuu! So, wir müssen wieder so ein gelbes Ding finden und zwei Nautilus schalen. Und da oben sehe ich doch schon was. Das sieht genauso schön aus. Was schwimmt denn da hinten für ein Fisch? Den müssen wir uns dann mal angucken. So, wir schwimmen erstmal hier oben alles ab. Boogstirn Hammer Ei! Wollen wir mal gucken. Männlicher kalifornischer Lippfisch. Okay. Weiblicher kalifornischer Lippfisch. Männlicher kalifornischer Lippfisch. Hallo? Gibt's noch andere? Kuna Sahnrochen. Bogenstirn Hammer Ei. Kann man da irgendwie... Boah, geil! Sieht mir aus wie eine Flunder. Adler Rochen. Oh ja, gut. Kuna Sahnrochen. Okay. Der eine Hai hatte Hunger. Gibt's natürlich in der Wasserwelt. Oh, da unten ist eine Lauti Lösschale. Boah, sieht das schön aus. Also... Auch wenn die Figur nicht so meins ist, aber... Alles andere haben sie echt schön getroffen. Diese Atmosphäre ist richtig schön. Ah, hier drinnen gibt's nichts. Wie ist... Was ist das hier? Da müssen wir ja durch. Okay. Was ist das denn? Cool. Die sehen ja knuffig aus. Zebra Hai. Ja, das sind auch schöne Tiere. So, dann gucken wir mal hier unten nach. Ob hier noch irgendwas versteckt ist. Jaaa. Da ist doch auch noch ein bisschen was. Ähm... Von wo sind denn wir gekommen? Ich glaub von da oben. Da... Da müssen wir hin. Ah, nein. Da muss ich nicht. Flucht. Der hat sich mal aus. Die nehmen auf. Die nehmen. Der hat die nehmen. Die nehmen. Ah, das ist besser. Das ist. Der hat die动. Die nehmen. Die nehmen. Die nehmen. Hier haben wir wieder so ein gelbes Gefährt. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, da hinten ist noch was. Aber wir gucken uns alles an. Vielleicht ist ja irgendwo auch eine Nautilusschale versteckt. Oh, was kommt hier raus? Eulen rochen. Ich glaube, hier gibt es keine Nautilusschale mehr. Das heißt dann bestimmt, dass es da, wo wir schnell schwimmen, dass es dort die nächste gibt. Wenn es so weit angeguckt, haben wir ja alles. Wir schwimmen erst einmal zum Tor. Nix. Nix passiert. Entschuldigung. Irgendwas macht hier Geräusche. Ja, hier bleibt auch nichts versteckt. Schade. Boah. Okay. Boah, dieses Ambiente. Das ist so schön. Oh, was hat man jetzt gemacht? Das heißt, wir müssen jetzt noch die zweite Hälfte aktivieren. Da müssen wir mal gucken, wo die Kette hingeht. Die geht da lang und da runter. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier unten noch was ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier unten noch was ist. Und Sesam öffne dich. Und Sesam öffne dich. Und Sesam öffne dich. Das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus. Rotfeuerfisch. Na, ist hier irgendwo eine Nautilus-Schale? Nee, das war Spiegelung vom Wasser. Schön. Da schwimmt ein dicker Hai rum. Hallo, Kamera? Drehst du dich bitte? Nö, will sie nicht machen. Ob uns der Hai fressen tut, erfahren wir in der nächsten Folge.